Hallo und herzlich willkommen zu was Neuem, wir machen hier was Neues, ich spiele in letzter Zeit ziemlich oft Black Ops 3 und wie ihr seht, ich habe hier das Starterpaket, Mehrspieler Starterpaket, ich habe mir noch nicht das volle Spiel gekauft, das heißt ich kann nicht Prestige machen, aber ihr seht hier, ich bin Level 55, die maximale Stufe für das Mehrspieler Starterpaket, habe auch hier schon ein bisschen die VMP auf dem Max, die Man of War auf dem Max, die KN auf 10 und hier habe ich zum Beispiel noch, wo ist es, da, die Scharfschätze habe ich auch auf dem Max und also ich spiele schon ziemlich oft würde ich meinen, hier kann man noch sehen, warte wo ist es, Identität, ne, ich habe noch neue Visitenkarten, ganz viele neue Visitenkarten, geil, hier neue und Schwarzmarkt habe ich auch noch eine, ne normale leider und ich habe hier halt eine legendäre, die schwarze Mamba, die ist richtig geil, habe ich mal von einer normalen Kiste bekommen und ich habe mir was gegönnt, ich habe mir 2400 Codpoints oder wie die heißen, Codpoints, ja, gekauft und ich habe noch 10 Cryptopoints, das reicht für eine normale Chest, aber ich mache jetzt 12 seltene Kisten auf und ich glaube, wir starten einfach mal mit der ersten und let's go, komm schon, ich habe richtig Bock auf geiles Zeug also wir haben hier einen Rotpunkt für welche Waffe, äh, Markierer, Doppelagent, äh, ist das für jede Waffe oder nur für die, ich weiß nicht also ich sehe da gar keine Waffe, aber ich glaube, das ist für alle Waffen noch nicht so gut, aber wir machen gleich mit der nächsten weiter und was kriegen wir? jo, jo oh, noch ein Griff, Cuda, schnell ziehen Variante, oh, für die Cuda, die zocke ich zwar nicht so oft, aber müsste ich mal anfangen wir machen gleich weiter komm schon, komm schon, komm schon, und oh, okay, die ICR, ah für die habe ich doch schon die Tarnung okay, das ist noch Easy Nile, aber für die ICR habe ich doch schon die Tarnung kurz schauen äh, machen wir hier kurz, Sturmgewehre, ICR Tarnung, Schwarz, ja, die habe ich schon, wieso bekomme ich die nochmal, nein äh, nicht hier so, nochmal Schwarzpaar, äh, was haben wir noch bekommen, wir haben noch das hier bekommen, das ist geil eigentlich ziemlich geil noch und für Ruin, okay machen wir weiter so, bitte, bitte, bitte äh, Nomad, uh für den Heim, okay Kupferstich, die ist nice, der Kupferstich, Tarnung ich mag die ähm, und noch eine Visitenkarte die müssen wir kurz anschauen, komm, gehen wir kurz anschauen hier auch auf der Klasse, das ist so meine Probierklasse Heimaker ich spiele die nicht so oft, aber ich spiele sie doch zwischendurch ja, das kann man so lassen, du die sieht ziemlich nice aus jo bin ich zufrieden mit, äh, ich gehe mal auf Schwarzschirm wir haben noch, wie viel, 13, ne keine Ahnung, egal, wie viel die wir noch haben, aber wir machen weiter bam ja, Outraider Prophet und Pharao Tarnung äh, für die Pharaone Tarnung ja, die sieht nicht ganz nice aus aber okay wir kaufen gleich noch eine oh, ich bin so gespannt, was ich noch geiles kriege ich würde gerne Waffe kriegen, aber die ist nice, die Tarnung ähm, ich würde eigentlich echt gerne eine Waffe kriegen bitte Waffe bitte keine Waffe fuck you bitte, ich habe noch 5 Kisten, ich will schon noch eine Waffe äh, äh die ist scheiße ich bekomme gerade nur Scheiße ich bekomme nur Scheiße gerade okay, der, der sieht schon ziemlich geil aus aber ich spiele den nicht und langer Lauf Variante ist ja, es sieht okay aus, aber ist auch nicht so geil gerade wir haben noch 3 Kisten, bitte doch eine Waffe ich will eine Waffe Waffe okay, die Tarnung ist richtig nice die müssen wir auschecken VNP Tarnung am Stüssel, ich habe nur so eine Bullshit Tarnung die habe ich auch freigeschalten oh wieso zeigst du mir die nicht an? ja, die Waffe ist geil ich liebe Skorpione oh mein Gott aber ich habe immer noch nicht eine Waffe ich habe noch 2 seltene Kisten oh, bitte oh man wo ist denn meine Waffe? letzte Kiste bitte eine Waffe bitte Nahkampfwaffe am besten bitte oh man was ist das? komm mach mal nochmal 2 auf von denen dann habe ich noch ja, komm mach mal noch 2 auf von denen mit den Crypto Points Seraph ich spiele Seraph nicht fuck you aber es sieht auch nicht so gut aus also noch eine von denen äh, hier bitte, bitte, bitte Waffe was kriege ich denn hier für einen Scheiß? soll ich noch? ja, komm noch die letzte von denen bitte bitte tu mir das nicht an bitte, bitte, bitte na, Alter was ist das? ich habe immer noch keine Waffe was soll das? was geht bei dem Scheiß? ich habe immer noch keine Waffe was ist das für eine Waffe? also zusammengefasst was hat mal gekommen? ja, okay es sind schon ein paar legendäre Sachen dabei aber was geil ist ist ähm die ist geil die mag ich und der Rest sieht man nicht schwer schade ah, ich könnte noch äh ich kann ja noch die Doppelten eintauschen ich habe neun Doppelte äh mach mal eintauschen ich habe wieder 31 das heißt ich kann eine große aufmachen bitte 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 Waffe bitte Waffe bitte Waffe bitte Waffe ich habe ne Nackaf Waffe ich habe einen Schraubenschlüssel geil oh mein Gott ich habe einen fucking Schraubenschlüssel bekommen alter zeig mir die Scheiße oh mein Gott ihr habt keine Ahnung wie mich mein Kollege hassen wird dafür oh mein Gott ich habe einen fucking Schraubenschlüssel oh nice 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 warte was habe ich noch bekommen in der Himmel das ist auch ziemlich nice wir können noch kurz durchgehen was wir bekommen haben für den haben wir was haben wir hier die Marionette die kenne ich okay aber den kenne ich nicht so äh ich nehme den hier was haben wir hier prallen haben wir noch ja der ist nice der ist nice was haben wir hier bekommen auch Drohung was habe ich hier okay der habe ich und oh mein Gott der sieht ja richtig nice aus und was haben wir hier der und ähm nehm mal den der sieht einfach übertrieben aus so was haben wir hier bekommen hier haben wir einen epischen Kopf bekommen den muss man schon aussetzen wenn man schon hat und hier habe ich zwei Sachen na los ich zeig dir was diese Systeme können okay nehm mal den hier was ist das ja den will ich auch äh nichts hier haben wir noch vier Sachen boah Schwarzmarkt Geist und den hier ja nehm mal den hier auch weil er ein bisschen scheiße aussieht hier Körper haben wir auch noch was bekommen aber der passende Körper haben dann auch dazu gekommen nice und hier was ist das ah das ist der nochmal nice den spiele ich noch manchmal Kannibale ja nehm mal den no way I don't take this kurz den anschauen ja den will man und hier nochmal ein Fußweg oder wie hä wo ist hier der freigeschaltene ah hier das sieht nice aus und was ist das ja nehm mal den das sieht nice aus und hier haben wir noch einen Spott oder was auch immer Drohnen ja nehm mal den weil haben wir eh keinen ein Reaper bitte habe ich für den was geil ist ok was habe ich hier der ist halt geiler sorry muss ich nehmen und für den haben wir auch noch was geballte Faust ja der ist auch nice nehm mal ähm sonst habe ich nichts mehr richtig geiles bekommen ähm ich würde auch sagen das war's fürs Video 10 Minuten ist schön knackig ein bisschen lang fast und vielleicht gibt es mal sowas hier hat es noch Aufträge wenn ich nochmal 34 Spiele ne 39 Spiele gewinne dann bekomme ich ein Bündel mit Waffen also 10 Vorratslieferungen die seltene und eine Waffen Bestechung garantieren Nahkampf oder Fernkampfwaffe nice also ich hoffe ich sehe euch dann sicher nochmal und tschüss schau